Ein Samstagabend hier in Annovolos, im Gebiet Pantazopoulos. Schaut euch mal das Pillion-Gebirge an. Wir sind hier in der Gitternein von Yanni, in der Beruhigia Vestaria, Annovolos, in der Pillion. Schaut euch mal die Nappascha von Yanni. Schaut euch mal die Nappascha von Yanni. Schaut euch mal die Nappascha von Yanni Schaut euch mal die Nappascha. Musik Bubi 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 Elle dò rè Elle Elle dò Elle dò Elle Elle Elle